Musik Erstmals aus Ungarn meldet sich Ernst Wolf Ramabo mit seinem Café Zentral, um die kulturellen Beziehungen zu unserem Nachbarland mit seinen Gästen zu diskutieren. Wir haben wieder für Sie viele Gäste eingeladen. Die beiden Operndirektoren der beiden Städte Wien und Budapest und viele andere. So zum Beispiel den Mentor ungarischer Literatur in Österreich, thyrische Bestien und viele andere mehr. Kommen Sie doch und schauen Sie hinein ins Café Hungaria alias Zentral in Budapest. Café Zentral, morgen 21.50 Uhr, FS2. Es geht um die unfassbare Summe von 11 Millionen. Musik Mit 30 Schilling sind Sie dabei. Im Sporthilfe-Rekordquiz. Musik Nun in FS1 auf dem Programm. Der dritte und letzte Teil der auffüllenden Dokumentation, der Prozess von Eberhard Fechner. Eine Darstellung des sogenannten Maidanek-Verfahrens gegen Angehörige des Konzentrationslagers Lublin-Maidanek von 1975 bis 1981. Heute geht es um die Urteile in diesem sechs Jahre dauernden Prozess. Dazu noch ein Hinweis zum besseren Verständnis. Die Ausstrahlung dieser Dokumentation war juristisch gesehen erst jetzt nach dem Rechtskräftigwerden der Urteilssprüche möglich. Die Ausstrahlung dieser Dokumentation in Budapest Die Ausstrahlung des Konzentrationslagers